Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel am 21. Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem Bergischen HC. 4.132 Zuschauer sahen das Spiel in der SAP-Arena. Halbzeitstand war 12 zu 13 für den BHC, Endstand 30 zu 24 für die Rhein-Neckar Löwen. Hier oben auf unserem Podium begrüße ich den Gästetrainer Sebastian Hinze und den Geschäftsführer des BHC Jörg Föste. Und auf der rechten Seite von mir aus gesehen unser Trainer Nicolai Jakobsen und unser Geschäftsführer Lars Lammade. Das erste Statement, wie immer, traditionell von unserem Gästecoach. Herr Hinze, wie haben Sie Ihre Mannschaft heute bei uns gesehen? Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Nicolai und die Rhein-Neckar Löwen. Wir haben 50 Minuten sicherlich sehr gut gespielt. Wir sind am Anfang ein bisschen schwer reingekommen in unsere Abwehr, haben viele Probleme mit dem Übergang von Grotzki gehabt. Als wir das gelöst haben, sind wir dann aber auch in so eine Aggressivität gekommen, hatten ein paar Ballgewinne, eine ordentliche Torhüterleistung und sicherlich dann auch nicht unverdient geführt zur Halbzeit. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich 20 Minuten noch da angeknüpft. Dann sicherlich im Abschluss nicht mehr ganz so konsequent. Da muss man vielleicht auch mal akzeptieren, dass ein Weltklasse-Torwart auf der anderen Seite steht. Aber dann haben wir uns das immer mehr dazu hinbringen lassen, dann diese Konsequenz nicht mehr an den Tag zu legen. Daraus resultieren dann die Zeitstrafen. Wenn wir so einen halben Schritt zu spät kommen, nicht die Mitte zu machen, dann sieht das blöd aus und ist dann sicherlich auch folgerichtig, dass wir eine Menge Zeitstrafen bekommen, wenn vielleicht auch nicht alle, aber zumindest eine Großzahl. Und dann hatten wir nicht mehr die Kraft zurückzukommen. Und das müssen wir uns angucken, so die letzte Viertelstunde, was da passiert ist und daraus lernen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir für 50 Minuten gut Handball spielen. Ist auch egal gegen wen, bei allem Respekt vor den Rhein-Neckar-Löwen, die Weltklasse-Mannschaft und sicherlich sehr, sehr schwer. Aber wir waren heute halt 50 Minuten dran. Und dann müssen wir daran arbeiten, die letzten 10 auch noch so zu spielen, um das mitzunehmen. Und das ist wichtig für uns und das müssen wir mitnehmen. Und für 50 Minuten guten Handball gibt es leider keine Punkte. Und wir brauchen Punkte. Danke. Vielen Dank. Dann bitte jetzt das Statement des Geschäftsführers des BHC Jörg-Föste. Wie haben Sie Ihr Team heute bei uns gesehen? Ja, vielen Dank auch von mir. Einen schönen guten Abend. Glückwunsch zum verdienten Sieg. Für meinen Geschmack verdient, aber ein wenig zu hoch ausgefallen. Wir sind hier etwas unter Wert geschlagen worden, finde ich. Wir haben in der zweiten Halbzeit durch die vielen Hinausstellungen einfach zu viel Substanz verloren. Und haben in der ersten Halbzeit nach anfänglichen kleinen Abstimmungsproblemen die Deckung gut hingestellt bekommen. Und hätten auch, wenn ein paar Kleinigkeiten vor der Pause etwas günstiger gelaufen wären, aus unserer Sicht natürlich, vielleicht etwas höher führen können als mit einem Tor. So war dann in der zweiten Halbzeit dem Lauf der Rhein-Neckar-Löwen aus unserer Sicht gerade zum Schluss nicht mehr viel entgegenzusetzen. Und insofern ist der Sieg dann auch in Ordnung. Also Glückwunsch. Vielen Dank. Unser Trainer Nikolai Jakobsen. Bist du zufrieden mit deinen Jungs heute? Ja, erstmal guten Abend. Ja, eigentlich bin ich mit vielen Dingen zufrieden. Ich habe das auch in die Kabine jetzt gesagt. In der ersten Halbzeit fand ich eigentlich, dass wir sehr gut gespielt haben, aber wir haben leider so viele Bälle verschossen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auch sehr gut gespielt, aber wir haben. Und das ist ein Ding, dass wir auch viel darüber sprechen, dass wir einige Phasen, wo wir so viele Fehler machen und die Gegner so schnell ins Spiel wieder reinlässt. Das müssen wir verbessern. Wir können uns nicht so fünf, sieben Minuten in jeder Halbzeit, wo wir so viele Fehler machen, wie wir in beiden Halbzeiten gemacht haben. Auch heute hat man gesehen, 24-20, wo wir dann in Übersaal sind, dann verlieren wir mit 2-0 ganz schnell. Und da darf Bergis ja nicht so schnell wieder im Spiel reinkommen. Die haben das sehr gut gemacht. Wir wussten, dass wir mit viel Geduld spielen mussten in Abwehr, weil die spielen clever. Besonders Gielacki hat uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Niklas hat dann in der zweiten Halbzeit sehr gut gehalten. Abwehr war besser, Knäer war aggressiver, sind früher rausgegangen in die Mitte. Und dann hatten wir vorne eigentlich, so wie die ersten Halbzeit auch, sehr gut gespielt, mit vielen guten Angriffen, wo wir zu guten Torchancen gekommen sind. So mit all diesen Sachen bin ich sofrieden, aber ich bin nicht zufrieden, dass wir in der ersten und zweiten Halbzeit so Ausfälle hatten, mit 5-7 Minuten, wo wir auf unserem Niveau viel zu viele technische Fehler machen. Danke. Dankeschön, Nikolai Jakobsen. Dann bitte das Statement von unserem Geschäftsführer, von Lars Lammert. Ja, schönen guten Abend. Ich bin froh, dass wir die zwei Punkte bei uns behalten haben. Ich kann mich meinem Kollegen auch nur anschließen. Eigentlich hätte es auch knapper ausgehen können. Wir haben sicherlich, so wie Nikolai auch gesagt hat, schon für meinen Geschmack sehr viele technische Fehler gemacht. Über das ganze Spiel gesehen, dass es am Schluss dann immer noch mit sechs Toren ausgegangen ist. Ja, sieht auf dem Papier, glaube ich, gut aus. Aber ich denke, die Mannschaft weiß, dass sie sich steigern muss und dass sie sich, so wie der Nikolai auch gesagt hat, die Auszeiten, die sie sich genommen hat, teilweise irgendwie ein bisschen unkonzentriert. Man hat so das Gefühl gehabt, sie sind überhaupt nur schwer in das Spiel reingekommen. Das kann man sich jetzt in den nächsten zwei schweren Spielen, die wir vor der Brust haben, in Moskau und dann heute in einer Woche in Göppingen. Da können wir uns diese Sachen sicherlich nicht erlauben. Und wir wollen natürlich so lange wie möglich oben dabei bleiben. Und auch jetzt im Hinblick auf die zwei für uns Topspiele in der Bundesliga gegen Flensburg am 28. Februar und dann noch gegen Kiel, kurze Zeit später im Viertelfinale des Pokals, da können wir uns sicherlich diese gedanklichen Pausen, die wir uns da teilweise genommen haben, nicht leisten. Aber ich denke, dass die Mannschaft das auch weiß. Und ich bin froh, dass wir jetzt nach der langen Pause und die Spieler erstmal alle wieder gesund von der WM zurückgekommen sind, bin ich froh, dass wir die zwei Punkte haben. Und wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wir hätten dann ein Mikrofon, das dann durchgereicht wird. Das sieht nicht so aus. Dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns wieder gegen Vardar Skopje am 21. in der Champions League und dann, wie gesagt, gegen Flensburg 28. Februar. Wichtiger Hinweis, es gibt noch ein paar Restkarten. Also wenn Sie sich das Spiel angucken wollen, gerne rhein-necker-löwen.de oder auch saparena.de. Dankeschön und euch eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020